Mein Weihnachtsgedicht heißt Knecht Ruprecht von Theodor Sturm. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. An überall auf den Tarnspitzen sah ich goldene Lichter sitzen. Und Robin aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christgitter vor. Und wie es so strollt durch den finsteren Tarn. Da rief es mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht rief es, alter Gesell. Hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an. Das Himmelstor ist aufgezogen. Alt und jung soll nun von der Jagd des Lebens einmal rin. Und morgen fliege ich hinab zur Erden, denn es soll Weihnachten werden. Ich sprach, oh lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast du denn das Säckschlein auch bei dir? Ich sprach, das Säckschlein, das ist jeden Äpfelnuss und Mandelkern. Essen frohe Kinder gern. Hast du denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier für die Kinder nur. Die Schlechten, die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht zu reden und Gott mein teuer Knick. Von draußen, von Weile komme ich her. Ich muss erst sagen, es ist Weihnachten sehr. Mein nächstes Gedächtnis heißt, lieber guter Weihnachtsmann, zieh die langen Stäbchen. Kehr mit deinem weißen Bad, mach dich auf die Weihnachtsfeier. Komm doch auch in unser Haus, tracke die Geschenke aus. Yeah! Was geht ab?